Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Revolution mit Dalo und Kundran. Hallo. Guten Tag. So, wo muss man jetzt hier hin? Rechts raus, das ist richtig. Ja, sind wir richtig, ne? Hup, ah ja. Kämpfen, okay. Das ist wie Pflanze. So, hier kann ich vielleicht nochmal Glega leveln. Noch mehr Pflanzen. Klofenster. Schön. Ich mag Pflanzen als Gegner. Ja, mein Smidbo freut sich da auch drüber. Auch wenn Smidbo ja scheinbar viel zu viele Schwächen hat. Aber irgendwie habe ich Smidbo immer gerne gespielt. Ja. Mag Smidbo irgendwie. Wahrscheinlich, weil er in der Serie halt auch irgendwo, äh, ja, eine Rolle hatte. Ja. Warst du eigentlich nur Kampf oder warst du Kampfgestein? Mhm. Du bist Kampfgestein. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das hat Gutschaden gemacht. Aber es war nicht effektiv. Was haben wir hier? Ah ja. Unnöx. Okay, äh, hm? Warst du schon Wanne? Ja. Äh, zweiter Trainer, ja. Wacke critet. Ja, voll. Das haben wir zusammengegeben. Das sind Entscheidungen. Ich will die Bären mitnehmen. Ach, ja, ich habe jetzt eine Steinhucke. Ähm. So, Chris. Wir kämpfen schon bei mir noch gegen den Heike oder was? Ne, ich bin noch oben. Ich wollte gerade die Bären einsammeln. Da steht aber auch noch einen Trainer nehmen. Ja. Hier nach links oben, genau. Ok, ok. Wir werden verfolgt, Freunde. Mit Herzchen werden wir verfolgt. Ein Vulkanu, wiesi. Ich will auch einen Vulkanu. Ich will einen Ponita. Das dauert noch ein bisschen bis dahin. Level 40 oder so war, glaube ich. Das war jetzt so weit. Müsste nicht als nächstes der Geisterturm kommen? Ne, ich glaube, wir hatten doch jetzt eine Stadt gemacht, die es gar nicht gab, oder nicht? Im echten Teil. Doch, die gab es mit dem Schiff, klar. Ne, das Schiff, die MSN, stand doch ganz woanders, oder? Das war doch nicht diese Stadt. Die wurde doch auch nie kaputt gemacht. Ja, ok, das ist was anderes, aber die Stadt gibt es trotzdem. Also, die Stadt, da war ja auch, wo man dann mit dem Boot Richtung Insel fahrt, oder was? Insel, ich keine Ahnung. Warum müssen wir jetzt eigentlich lang hier? Da schon wieder Ash Ketchum. Gucken wir, dass er startet sein, Pikachu. Gucken wir, dass er startet sein, Pikachu. Habts. Das ist praktisch. So. Was ist hier oben? Noch ein Trainer. Wo ist Kunvan denn mittlerweile? Ich bin nach rechts weitergelaufen. Hast du den unteren Trainer gar nicht bekämpft? Welchen denn? Ich hab drei Stück am Anfang. Ja doch, ich glaub drei hab ich gemacht. So doch, den hab ich gemacht. So, 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 den hab ich gemacht. Warum im hohen Gras irgendwas cooles? Da würde ich nicht weiterlaufen. Aber ne, da geht's eigentlich nur zurück, wenn ich das richtig gesehen hab. Ne, ich mein Pokémon. Achso. Was gibt's denn hier? Nix tolles eigentlich. Wir haben alles hier schon gesehen. Ne, zwei nicht. Also ich zumindest nicht. Ich hab alle. Okay. Ne, Quatsch, hab ich gar nicht, Entschuldigung. Ne. Mir fehlen auch zwei. Ja. Okay. Ähm. Warum ist wieder Ash Ketchum? Wo ist Ash Ketchum? Ähm. Ganz am, also links. Da, ja. Und im Gras. Kämpft der auch? Ähm. Weiß ich nicht. Ich glaub ich denk immer schon, dass er jetzt stärker geworden ist vielleicht. Oh ja. 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 Da hab ich mami gout aufm Weg streamen. Oh ja. 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 reduziert habe schon dreimal verfehlt mit zwei mal aber hier ich konnte nicht lügen weil ich hab's auf tape und noch ein sonder mein gott da oben steht er sieht auch besser aus als der im wald oder das ist ein anderes model und sein kann sein ja ja ich hätte vorher noch angegriffen drei gras büschel und du erwischt ein pokémon richtig ok next acrobatics mittlerweile hat mein gilgarn echt gute attacke was wird gilgarn eigentlich nochmal also skorga ist es ja für uns aber er wird zu skorgo ne ja das ist doch dass das skorpion fredermausdings oder nicht ja aber dafür brauchte ich irgendwas sicher habe der entwickelt sich nicht auf level moment ich kann können kämpfst du gegen den ich rede mit ihm gerade er ist abgehauen okay aber bei mir nicht ich kann ja auch nicht wegschicken weil ich im ersten wald nicht gegen ihn gekämpft habe ok 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 und für skorga brauche ich einen schafzahn als evolutions item ah ok schafzahn boah so so der wäre aber schon cool also skorgo so noch ein b-bo ok ja mittlerweile habe ich wieder ganz gute pokémon dafür weil b-boss one-hitte ich so so was ist die nächste arena eigentlich die war jetzt elektro ne wieso ähm elektro war nochmal auf jeden fall nicht psycho äh boden am besten bodenflug ich meine unsere letzte arena die wir gemacht haben war ne was dagegen effektiv ist achso weiß nicht da bin ich immer schlecht drin ja das ist ja wie ich werde das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ein hp ist auch gar nicht jetzt schon 33 ging es ohne wo kann man sind da jetzt langsam gar nicht mal so verkehrt ach das ding hat überlebt deswegen aqua tail the yoga text bei swing 90er stärke 90er stärke das nehmen wir doch mit durchschneiden kann trainer trainer ja jetzt mal ja ich auch pokémon center gott sei dank wind windräder krass animiert also ein bisschen angeschlagen nix so richtig schlimm aber hier gibt es wieder andere pokémon die ich noch nicht aufgeregt habe also ihr seid jetzt mal eine mailbox der pokestop character ist wieder da ja den kannst du mal den schickst du dann nicht mal weg wenn du mit dem rede ist das ist halt das was ich halt flash ich sehe einfach auf dem pokémon drauf drücken und dann links auf flash war die fabrik das heißt wir kommen zu den feuer pokémon können ja politisch oben links auf meinen reitschuh und und dann auf fleisch hat daher die bürne angeknipst eige zack auch so ja da groß so wäre gut ja den gibt es hier ja aber eine lune der hat richtig viele pokémon der trainer aber zweimal kleinsteine mit jetzt der kleinstein ist schlecht kleinsteine geht schon klar ach come on so kleinsteins nein ach das weiß ich noch nicht aber sein kleinsteine hatte die fähigkeit dass es nicht insens sterben kann haha sehr ätzend ja aber das dritte ist auch ein kleinstein und das dritte kann direkt sterben und das letzte ist noch ein macho mal wir machen so übel schaden ist recht fies das dritte kommt hier noch vor dem ich der trainer heute angreifen kann ähm mh after many attacks the user has spec to switch places Oh Gott. Ich weiß nicht, wie hast du es? 120. Ich bin mit der Kuna, wenn du nicht gegangen möchtest. Oh Gott. Der hier hat auch wieder Matschenmai und ein Onyx. Der Matschenmai ist super. Der ist gegen Flug anfällig. Jetzt reicht es. Genug ist genug. Mein Name ist Glorak. Onyx ist schrecklich. Da geht nix. Oh wow, okay. Okay, gut. So, dann einmal hier durch. Oh Mist. Was ist denn wohl? Oh, mal so, komm. Bitte, du hast Pflanzen-Pokémon. Ah, nicht ganz. Okay. Das war Knappi. Okay. Schnell wieder ins Pokémon Center. Du kämpfst auch noch gegen die hier, ne? Ich kämpfe gegen die Tuse hier, ja. Gegen Lolita. Ein Maus, sie hat sie. Danach kommt dein Lieblingsgegner. Die alle Onyx hier. Die auf jeden Fall, ja. Meine blöde Attack hat halt nur 15 Aufladungen. Moment. So, jetzt mal weiter. Letztes kommt noch ein Taboga. Wir sind eine leider haben wir geschafft. Achso. Wollte ich nochmal heiligen gehen? Ich glaube, ja. Verdammt ist Ohnyx. Schellok ist halt bald down. Oh. Ja, einfach. Auch das Beste. Ach, shit. Ja. Wir vergessen Pokémon zu wetzen. So. Leute. Warum stehen die Tragen-Tragossos? Hihi. Teddy Ursa. Oh, wow. Ein Mautzig von Lolita. Moment. Wo geht's hier weiter? Hier unten ist nix. Wo? Ah. Bild ist Ohnyx. 25 ist. Eradicate. Oh, hier nen Kerl mit Schädel aufm Kopf. Nogga. Na. Na. Bei Gott leider habe ich jetzt gewonnen hätte. So, eine D-4-4-N-G. hinfort. Wo unten war nix? Das ist doch gar nicht geworden hinten. Rockslide, okay. Vogelball. Naja, auch ein wildes Onyx. Wir müssen die Attacke standhalten und versuchen es zu fahren. Gibt's doch gar nicht. Oh, ich will niemand. So. Wo ist jetzt lang? Oben rechts, hinter der Trainerin ist ein Weg. Okay. Und danach ganz nach links. Mhm. Diese Kleinsteins sind echt aufdringlich. Oh Mann. Der Zuwart ist halt auch nix. Nach unten war nix? Nein, auch nix. Kein Pokéball denn gar nix? Nee. Da ist nur nix. Ich glaub ganz unten rechts lag noch ein Pokéball. Wenn du aber einmal nach links gegangen bist und dann da runter gehst, da ist nix. Okay. Ich hab grad sogar extra noch mal n Schillok ausgewechselt, weil es verwirrt war. Ich nicht Angst hatte, dass ich mich selbst treffe. So ein Level noch, da müsste ich nen Tourtoff nehmen. Hier ist nix. Sind die ganzen coolen Pokéball nicht? Also ich kann mich hier an das in Rot-Blau nicht dran erinnern, dass es 80 Höhlen gab mit random Encountern. Doch, doch. Mountain Moon weiß ich. Aber die Höhle zum Beispiel kenn ich auch nicht. Blödgesteins-Pokémon, die den Schlag überleben. Hehe. Ah, Flagmon. Snowpaw. Schön. Oh, jetzt würde ich auch fragen, die sind super witzig. What? Ach ja, jetzt ist das Wasser. Hupsi. Oh-oh. Oh, okay. Oh-oh. Verlebt's immer noch? Womit hatte man damals Pokémon beendet? Mit welchem Level? 50? Nee. Ja, früher. 60, 70. Nee, nee, das war Top 4. Hä? Wie meinst du mit beendet? Achter Orden. Top 4 war immer Bonus. Achso, wiss. Okay. Offiziell war das Spiel, glaube ich, zu Ende? Nee, die Credits kommen erst nach dem Sieg der Top 4. Credits ist mal Ende. Äh, ich brauche einen Trank. Druck sie. Da schieb ich wohl grad fragen, wo ihr lange seid aber. Ähm. Ein wildes Knorra, Level 25. Lecker Mumu-Milkchen. Lecker Mumu-Milkchen. Lecker Mumu-Milkchen. Lecker Mumu-Milkchen. So. Teddy Ursa! Ja! Ich will's haben! Oh, sie ist so süß. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Hahaha. Oh. 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 Dähne. Oh. Näh. Oh. 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 Oh, sie ist so niedlich. So, Knogger gefangen, das hat er sogar ein Item dabei, mal sehen. Nice! Cool. So, Teddiosa eingeschläfert, jetzt kann ich's ja wohl hoffen. Tragosso. Knogger ist doch die, oder was ist die Weiterentwicklung? Was? Eins ist Knogger, eins ist Tragosso. Tragosso erst und dann kommt Knogger. Yay, ich hab ein Teddiosa! Immerhin. Und es nicht angreifen nach Bight. Ist gut. Gebe ich einem Pokémon ein Item? Ähm, ich glaub, einfach, ähm, draufziehen. Vielleicht? Komm, Stufe 36. Du bist doch jetzt eigentlich tot gekommen, oder? Ein theoretischer? Eins kam zum Beispiel bei 33. Okay. Dann könnte dein 238 sein, eventuell. Nein, es entwickelt sich. Okay. Coolio. Flash Toys. Slash. Ähm. Direkt im Anschluss wieder ein Kampf. Oh, schwer zu sagen. Nee, 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 nee. Okay. Ich weiß nicht, wo es weiter geht wieder. Wir sind ja im Prinzip ja auch viel zu hoch für hier eigentlich, ja. Ja, ja. Ziegeli Puff. Wenn wir ein 20er Pokémon und sagen ne, bin ich fünf Level drüber, also. Ja, okay. Ich bin halt 21, da bin ich gerade 15 drüber. ich bin genau 20 drüber, hab auch nur ein Pokémon in der Höhle will ich halt Toton nicht wegnehmen, einfach, das ist einfach zu gut ein Taubsi ein Taubsi das Gute halt an meinem Pokémon ist halt auch, dass es halt zwei verschiedene Stats hat der ist halt Feuer und Drache, das ist halt das Geile daran so, aber ich glaube wir sind schon ziemlich weit aufgeschritten in der Folge ich würd sagen, nächstes Mal ist weiter bei Kundran und bis dahin, tschüssi Tschüss